Peter, Hönig, Angermann und Rötlingshöfer, Ihr erfahrenes Ärzteteam, seit 30 Jahren mitten in Wendelstein. Unsere Leistungen für Sie umfassen sämtliche Bereiche der hausärztlichen und internistischen Kompetenz sowie Kinder- und Jugendvorsorgeuntersuchungen. Mithilfe moderner Diagnostik, unter anderem bei Langzeit-EKGs, Ergometrie- und Ultraschalluntersuchungen, behandeln wir jederzeit im besten Interesse Ihrer Gesundheit. Profitieren Sie von ganzjährigen Öffnungszeiten und flexiblen Sprechzeiten, auch in den Abendstunden. Wir sind gerne für Sie da!